also nein das ist mein essen diesmal nicht deins muss erst mal gucken ok ja scheiße kann ich noch nicht machen ich kann auch kein brot backen natürlich nicht gut gar nicht gut so für mich ist jetzt das aber hier deswegen habe ich jetzt auch gemacht der hauptweg also der hauptweg ist ein dreier heißt für mich aber der kommt jetzt auch noch mal alles weg wir spielen auch hier drüben auch hier ein dreier das heißt jetzt ich kann jetzt hier darum 33 bereich machen so haben wir hier auch 1 2 3 so was haben wir jetzt hier 1 2 3 4 5 6 7 8 9 3 4 5 das heißt ich kann es dann da hingehen naja bisschen was runter gefallen bisschen was ist oben geblieben ich sehe das jetzt gleich schon kommen dass die viecher alle runter fallen das heißt ich muss den den mittelbereich auf jeden fall irgendwie anders machen oder ich muss jetzt über große flächen schüsseln das kann ich natürlich auch tun das ist auch schon das ist auch schon man haben da darf ich nicht hin dann heißt es noch mal ich habe den fähl ich sehe das schon kommen habe gesagt dass es kam es da uns ein bisschen runter fällt habe ich mittlerweile genügend das ist nicht mehr das problem okay dann haben wir hier festgestellt 1 2 3 1 2 1 2 3 das ist dann hier noch mal drei das reparierte noch mal muss ich jetzt an der monsterfalle mal ein bisschen herumschrauben irgendwas abhauen und das soll ich jetzt erstmal unten drunter alles machen aber fragen über fragen moment so den bogen habe ich nicht mehr da und das ist eigentlich richtig alles so geht es natürlich auch kann man noch danke meter machen auf wiedersehen nochmal sagt ich bin gespannt wenn ich runterfall aber da habt ihr was zum lachen ist doch auch schön oder vielleicht kriege ich es hin wäre es für mich schön mutige 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 man k mit es geht es geht mit ganze plattform was ich aufgebaut habe alles von arsch gewesen ja okay aber es war ja am anfang wichtig war erst mal wichtig dass wir da überhaupt was hatten die mal leiden darunter ist keine lust mehr hochzulaufen mal machen wir auch hier dasselbe spiel oben auch eine dreie reihe ach komm halt die knauze da oben wir machen die vierte so dasselbe spiel auch hier 1 2 3 1 2 3 1 2 3 noch mal hier das ist nur zweier weg mir bescheuert super darf noch mal mathe grundschule erste klasse 1 2 3 4 5 6 scheiße das ist eine gerade zahl 1 2 3 1 1 2 3 ich glaube dass ich glaube ich mein mann mein mann mein gedanken fehler ist glaube ich diese diese was ich diese neuen da auf der seite dann ist ja kleiner 1 2 3 1 2 3 1 2 1 2 2 1 courage das ist 1 2 1 2 perfekt 100 stimmt's wir haben es auch weg da muss dann so hin okay aber hier will ich noch keine so eine street haben hätte gesagt mache ich diese diese steine hin die picke kommt mal dahin da kann ich die fackeln hierhin machen der schüssel gleich mir noch mal die großen geben so falls ihr euch wundert ich habe ich habe mir das dazu vorgenommen dass also meine folgen sollen nicht länger so als 30 minuten werden also standard folgen also das heißt wenn ich jetzt irgendwas am buch arbeite schneide ich die so alle alle circa alle 30 minuten wenn ich jetzt aber sowas macht wie bauen das was ja auch wirklich zeit weg nimmt dann mache ich die folgen länger da mache ich die folgen so vielleicht 40 minuten 40 45 minuten das heißt wir schaffen was ihr seid dabei ihr können sich anschauen wenn er sagt interessiert uns nicht können die folge überspringen oder ihr sagt ja schauen wir das immer wieder mal an da kann man ja nebenbei laufen lassen ist alles kein alles kein ding ok schau doch gar nicht mal so schlecht aus jetzt haben wir schon mal eine zweier ebene auf jeden fall da das kabelzeug drauf soll ja ich habe dann auch meine meine wege schon so weit hingebracht dass ich weiß wo ich meine aufteilung ein bisschen habe also schon mal so weit gelungen so dann heißt es jetzt aber auch für mich ich muss dieses wasser nehmen und mal einen tiefer setzen machte ich hier dicht dann brauche ich jetzt mein bilder mein diamond wand dadurch dass ich jetzt alles hier abgetragen haben so zwei drei vier fünf eins zwei drei vier eins zwei drei vier eins zwei drei ich muss jetzt halt sie und also diese plattform hier muss jetzt als erstes wachsen so zwei zwei vier stück drei vier vier fünf so das problem was ich jetzt halt nur habe ist ich habe keine ordnung aber sowas von gar keine wie ich die obere wie ich die oben platten macht also für mich sind dass die wege er wobei ich könnte es eigentlich auch so mit zum platten zeug machen das ist jetzt heißt heißt ich mache das jetzt hier als umrandung hier brauche ich meinen weg rein also hier wird kein schneller weg reinkommen er kommt nur oben hin ich vermute ja dass ich oben die größeren wege habt das ist jetzt halt das ist jetzt halt mein problem weil wenn ich jetzt alles schüssel ne dann brauche ich drei milliarden schüssel das weiß ich jetzt schon ich weiß gar nicht ob es hier auch den table gibt aber ich sehe auch keine items wenn ich ehrlich bin vom schüssel mod das ist ja Vielen Dank.